herzlich willkommen zurück zur let's play v1 2013 im koop zum kanada rennen mit molchern ja freunde jetzt heißt es die punkte und platz 18 aus geht zum trennen für mich und für philipp auf platz nummer neun wenn es die nächsten punkte für philipp bestimmt haben wir nicht nach dem monaco nuller ich glaube das war der einzige Nuller den ich habe einzigen so wäre das ist nur noch ein kopf wird daher ich so schlecht bin ich bin nur schlicht volle Ränger hier wer geht Nijil Zillen oder Stadtausstellung die Stadtausstellung Leute in den Stadt von der 1 vor Fernando Alonso und Sebastian Vettel auf der 4 KG Masse fünfter Mark Webber sechster ein starker Paris siebter in Blöder Hüttenberg achter Roman Grosjean neunter Determine der Vereins zehnter Nico Rosberg er hatte immerhin ein Mercedes vorhin der sich gelassen und Regen zwölfter und ich war nach zehn mit der die vielen Regenwahrscheinlichkeit null Prozent nur 30 und wenn gefahren Zeller ist drin ich hoffe es alles drinnen die Rennstrategie bezeichnen die Läge vom Team hier ich nehme die auch fast vom Team hartweich weich soll ich gefahren es verweich hartweich alles Team endlich mal gelernt hier ja so jetzt müsst ihr mal ordentlich die Rennstrategie machen ja ich habe ich habe hier schon Gerhard Berger gesagt ja das geht kann nicht so weiter gehen mit diesen Rennstrategien da wissen wir mal was drauf umstellen aber ich habe mal ich habe mal den den Schumacher hergeholt der fand auch total scheiße alles hätte auch gesagt er macht man macht man was anderes ja baut man besseres Auto oh mein Gott ich würde sie passen wir denn so ein Auto wie jetzt torus und ein echt fahren was denkt sie würde der Maxima rausholen erst mal sagen wir scheiß Mercedes schließt mit da bin ich was sechs Prozent nein doch der wird auch die Punkte Rennen doch kaum mehr nicht ja so von der Fall hinter mir alle aufweich großpreis von Kanada beginnt schnelle Ampel klar 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 Marasch überholt mich die Bremsen auch wie die Ochsen German dass sich die los aua ein paar schulden war habe ich selbst schon gemacht aber keine strafe Verwarnung Eine Verwarnung Kommt doch rum, Otto 12 da, 12 da Wo bist du? 5 da Alter, wie der Master ein Topspeed hat, ey 12 da bin ich Den Wicken hopp mich schon mal ab Alter Der Top Speed Du schlimm Ja, aber voll, ey Da wünsche ich dir viel Spaß da hinten, ey Wo bist du? Immer noch 12 der Berne Der ist vorn auf der 11 Da vorne bist du, als wir alle aus Das ist irgendwie ein Vorsprung Ja, ich hatte einen Vorsprung Ey, ey, ich weiß, warum die KI die ganze Zeit rausholt Diese Links-Rechst-Käste oder Die können wir gerade mal durch über den Körper drüber Holger, ja Wir müssen da unser Auto gleich halten, ey Das ist die KI so stark in dem Sektor Den dritten und zweiten Ja, der ist klar, das ist klar, ist klar Alter, ich habe aber gar nicht auf Speed Ja, und dann noch so früh bremsen Ja, und dann noch so früh bremsen Ja, und dann noch so früh bremsen, ist klar Ja, und dann noch so früh bremsen, ist klar Verwarnung und Kollision verschuldet Das ist mir sowas von egal Wo bremst denn der auch? Nein, das war jetzt nicht Das war ich nicht Ja, komm, weh Er ist schon was bekommen Ja, geil Ja, geil Das war kein Abkürzen Ach du Scheiße, ey Ich wünsche viel Spaß im Rennen Also ich sehe schwarz, ganz ehrlich Machst du die Reifen oder was? Nee, ich sehe einfach schwarz auf dieser langen Geraden Da kann ich keinen halten Ja, aber schön in die Maul fahren Nee, kann ich ja gar keinen halten, nee Was ist so schlimm? Ja, der Höhme fällt an mir vorbei Als wenn ich schlafen würde Ach, Wilk, auch mal komm Nein, weg da Ich muss diesen Körb so abwohnen Anders gibt's ja nicht Ich auch, wenn ich wieder vorbeikomme Nee, damit ich Einen kleinen Abstand habe Auf der zweiten Geraden Also in Sachen Topspeed ist das Setup Müll Gehört auf dem Fenster geschmissen Und ich hab den siebten Gang schon verkürzt Im ersten Sektor sind die so schlecht vor mir hier Wo bist du? 10, 9, 8, 7 6er, 5er 5er Da bist du, okay Weil wir wieder gegen die Wand Und Hölbeck ohne DRS, Alter Nee, keine Chance Wenn du mehr Weg brauchst, um jemanden zu überholen So leckern, tschüss, da fährst du auch weiß Nee, wann du nicht Du hast dich auf den 5. Schlaf geschoben Mann, Alter Weil ein kleiner Leck war Bin ich ja je nach hinten gesetzt bei mir Und dann falsch ist nur wo Ey, komm, Alter, das ist auch doof, ey So langs sich in der Strafe endet Trotzdem hält auf Nein, ich fahr aber auf H2-Lappen Ist mir egal, was der für ein Vorteil hat Der drückt mich trotzdem nicht Oh, komm, klar Nein, hau ab, ey Kann man was KI macht in dem 2. und 3. Sektor Ich hab noch keine Ahnung Die Button fällt einfach von mir vorbei Tschüss Oh, schön Was? Die überholen man immer so halt Die überholen dich ja alle, ey Da kam die Hand raus Weg da Diese eine Kurve, wo man meistens abkürzt Da kann man Zeit rausholen Da muss man eigentlich abkürzen Ich komme auf diese eine Kurve an, wo man ein bisschen abkürzen kann Und auch ich komme auf die letzte Kurve an Da kann man die Zeit auf die KI rausholen Aber dann kommt sie immer ran Ja, von den in der letzten Kurve Na, da kommt es bei mir nicht so ran Doch, da kommt Das ist irgendwer, das ist nicht über den Körbfahrer Das ist irgendwer mir vorbei Aber da konnte ich ihn auch letztendlich wieder komplett aus Komm doch rum, Auto Diese Drecksana, das ist auch schlimm, ey Und, Button, damit es mir überholen Da, komm Hallo Na, mein neig schon mal Oh, oh Oh, oh Oh, Gott Oh, okay, so brot man auch Auch gut Oh, deine schnellste Runde 1,7,8 Ich bitte mich hier mit den Lückenberg Bis aufs Messer schneide Eine Riesengruppe da vorne Nein Frontflüge gekappt Halb kaputt Scheiße Entsetze regnet Ein Blick am Arsch Warum? Alle meine Reifen sind irgendwie angefahren Mein Intermediens Boah, eine Riesengruppe da vorne Also mit ausgeglichenen Autos Mach die Strecke viel mehr Bock War? Ja So, Button Nächster Versuch wieder beholen Dann beholhe ich mich gleich wieder an der anderen geraten Boah, ich bette mich hier mit dem Hülkenberg, ey Das ist nicht mehr normal Du müsstest eigentlich näher kommen, da hinten Ne, im Gegenteil Oh, Button verpiss dich, ey Klar, dass er mir abzieht, kann man ganz gleich am Windschatten, ne Und der haut mir einfach nur ab Die haben einen solchen Top Speed, ey Verschließt, ey Verschließt, was ich meine Die verheiratet und unmöglich Und dann kann ich mich auch wieder sehen, zu Button Und Schutz, Button, Neseelands Jetzt kann es mir noch geben Nein, du kommst nicht vorbei, du kommst zu vergessen Nein, legt da Bist dich Oh ja, genau, es fallen sie all in die Box Super Alle fangen in die Box, ey Sonnebox Ja, natürlich Ja, sie lassen mich wenigstens raus Puh Ja, Punkte Wir haben ausgerechnet, dass die Rester innerhalb der nächsten 5 Runden an die Box Oh, meine Reifen in die Hälfte Oh, meine Reifen, ne, die Hinterreifen sind schlimm bei mir Ganz schlimm bei mir Dann macht er vielleicht einen Fehler Du hast 3 Sekunden Rückstart Ach, mein DRS hier darf irgendwie verteidigen Nein, so dir Verpiss dich Was ist sonst so an die Box? Muss er nicht? Okay Man sieht da Cool Jetzt muss ich stellen, die Rester vorbei Man sieht gerade Ja, wir sollten noch 10 Runden mit den Reifen durchhalten, ne Wo bist du denn? Ach, auf jeden Fall bist du nicht weit weg von mir Ist hinter dir ein Vorsind, ja? Ja, überhaupt nicht jetzt, der versucht hier Mann, diese letzte Runde sind die so schlecht, ey Ja, klar, auf mir voll ab Ich kann ja der Oelfer mit seinen dumm weichen Reifen durchhalten, ist so unmöglich Ich habe schon 9er, siehste Ich werde keine Punkte für mich geben, diesmal wieder Cool, gibt es wieder so ein Toro Rosso-Battle Ich denke ehrlich, die ganze Zeit durchzuformen mit den Reifen und irgendwann mal auf Weich zu wechseln Ist du auch fahrt oder auch weich? Weich Bist du weich, weich hart oder? Ja Wolltest du nicht weich hart weich fahren? Ja, ich fahr jetzt weich, weich hart Um Boah, Alter Die Nase war bei mir komplett oben bei dir, ey Wenn das nicht abkürzen war, ey Wenn das nicht abkürzen Das war abkürzen Man, Oel, kommt noch keine Kurve mehr rum, ey In der hier Unüberholmer Danke Die Morder Wo bist du denn da? Wo bist du denn da? Ich bin Bock mehr, ey Mit Training machst du happy? Weil ich vor allem ging, rennen ist mies Boah, diese harten Reihen sind am Brechen, wichseln jetzt noch mal auf, das ist mir so egal, ey Punkt, genau, die rufen Es ist in der Hände Abtut Für sich für ich verz Frame der Box B. Niemals Barz In USA lassen sich bei einer bounced Highlight Highlight Die Überw полностью der Gewicht und nebenbei und dann die Letzten was sind das denn? ok nicht 20 Jahren aber ich war 15 mit denen und die Letzten ist doch weich so habe ich immerhin 14. cool fünfter bist du ja aber wieder frische Reifen geht doch ey oh das ist so schlimm ey hast du ein gutes Setup für Silverstone? ja weil da will ich AI so unglaublich stark sein ist auch nicht ey alter Höckenberg verpiss dich alter was hat woher kriegt er diesen Überschuss her einmal müssen wir noch in die Box da muss ich rein ich bin 28 hinweg wahrscheinlich vorverlegen noch ah ich muss eigentlich 28 fahren da ich war gegen deine Widersacher gerade nixer naja ich glaube das wird in der Zusammenarbeit mit Punkten bei mir nix werden ganz wenig ganz wenig ganz wenig mit Null was heißt mit dir denn ganz viel bei maximal ja das Setup ist überhaupt nicht geeignet zum überholen der Setup war gut bis Qualifying das ist überhaupt kein Rennsetup das ist das ganze die Tonne kloppen sorry wenn ich das so knallert sage aber eigentlich müsste man ein Setup finden also beim ausgewiesen worden da ich auch kein Top Speed schon kommt bei mir ich konnte bei mir nicht mal anders ansatzweise an die 300 ich komme gar nicht an die 300 der siebte Gang ist bei mir so kurz gelegt und es hilft trotzdem nix auf 310 habe ich den runter geschraubt und bringt es leider nicht viel jetzt kannst du den maximalen Sektor einstellen doch fett wenn ich weil ich habe ganze bin der ganze Zeit auf Standard gefahren eine Runde plus habe ich eh komm das ist doch nicht mehr normal greifen schon mal jetzt hier ich komme nicht mal hoch in den siebten das ist auch viel schlimmer ey da komme ich schon hin und das fährt denn die Rester hinter mir wir ist nicht schwer habe eine ganze Gruppe hinter mir ey sagen wir mal so ein richtig schönen Bremser machen für mich ich weiß ja nicht wo du bist gerade ja ist klar rostberg auf fahrt der wird durchfahre da werde ich meinen fünften platz verlieren definitiv als wieder durch ist der rostberg äh hinter dir auf auf weiß gestartet ja ist alle hinter mir auf weiß gestartet was die von topspit haben reifenback gibt das die KI kein reifenverschleutert und manchmal ist zuvor wir wollen jetzt einfach hier nur noch kurz zu ende fahren damit hat sie das die 10-2 bin ich gerade gefahren was ist deine beste 16-4 auch weich ja warum bricht da jetzt das auto aus die bremsballons stimmt auch bei diesem setup überhaupt nicht ein qualifizieren keine probleme was ist an dem rennen so anders was ist vor allem doch klar haben wir ein paar Videos und jetzt gar nichts die Stühle erlebt noch die total für uns gar nicht brauchbar sind wer braucht denn so'n Mist? haben wir mal in der Boxen lassen oh nein achte beim rausfahren auf den Verkehr das stimmt mir gab es zwei Plätze vor mir wer? du ich bin zehnte rausgekommen was mich selber wundert ähm, lasst du durch jetzt? ja ich will noch einmal in die Boxen auf weich auf jeden Fall Crossberg ist hinter mir, den kann ich auch nicht halten jetzt 7,1 Sekunden auf der Vorsprung auf mich und trotzdem gucken sich die ganz neue diese dummen Rennie an die können die nicht mit mir ertragen wo ich nicht so schlecht zu fahren ja und da kommt der Rostberg von hinten angeschossen vom Miniranate ja Biene-Rakete über Mario gerade und jetzt kann ich und jetzt kann ich wieder mal in den Laser lieber ich könnte ja hier ist einen großen Fehler gemacht und dann konnte ich ihn aus, dann könnte ich ihn wieder ausbesteunigen ja oder besser ausbesteunigen als dieser Board of Champions Kurve ja da kommt es jetzt ein Besteunigerungs 47 da ist so unfassbar Weiß doch, warum ich auf die Zeit voll im Training gefahren bin da. Ich bin ganz auf die letzte Kurve, ey. Aber da holst du die ganze Müll. Ich dachte, wenn du die richtig gut, wenn du die super annimmst. Also im Übergang curved fließt, da kannst du dann mindestens noch so 13. raus holen. Stimmt. Ich bin vor allem inhaltlich zu unserem 345- Jump durchfallen. Wir vemoszem. Ich auch. Ich bin froh, ich hätte試eren mit dem Wegger Was sind denn über die schlimmsten Saisons? Ich wäft längstens mal einen Punkt tun. Ja, wie ich grade sage, will sie es mir mindestens einen Punkt holen. Aber dieser Regen haben wir alles versaut. Der Hülbenregator hat alles versaut. 9 man merkt aber auch dass auf die DL mehr Grip herrscht, das ist auch irgendwie... Ich finde das ist ein bisschen doof gemacht. Nimm der Ideallinie einmal zu durch Gas geben, dann ist es auch weg. Auf der Ideallinie schön, dann ist er doch nicht durch Gas zu drücken. Ich finde das irgendwie ein bisschen unwertig, manchmal. Aber extrem schwer. Ich weiß nicht, woran der sauber anders ist. Der sauber ist eigentlich... Ansonsten ist er eigentlich viel, viel schwächer als dieser Tauros. Ich soll ihn eigentlich umgekehrt machen. Mann, 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 ey, ist es... Ich weiß nicht, ey. Ich bin mal gespannt, ob die noch in die Box hier vor mir fahren. Wenn nicht, habe ich ein Problem und das wird der 10. Platz. Wenn nicht, dann geht der Rosberg auch noch an mir vorbei, dann habe ich noch mehr Probleme. Dann kann man so sagen, ich bin so der Dornarik Wern und führt das so der Dornarik Wern und führt das so der Dornarik Wern. Dornarik Wern hat wohl auch nie Punkte. Aber einen zweiten Teil, der vom 1-4-13 hat Ricciardo auch kaum Punkte geholt, oder? Der ist insgesamt kaum Punkte geholt. Die sind meistens bei den Q2 ausgeschieden. Ganz bezüglich auf Wern und meistens immer auf Platz 15, 16, ey. Ganz schwach. Das ist ja so unser Niveau. Die Reifen sind viel besser als vorhin, ey. Die Reifen sind bis zu 18, 19, 15, 30, 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 31, 30, 31, 30, 31, 31, 31, 31, 31, 32, 31, 32, Marquez, die Katika in Top Speed hat der ist einfach nur krank da bin ich dann auch auf der Liga gespannt wie unterschiedlich da wie auf der Geraden sein werden ganz anders sag ich dir ganz anders ob es da wirklich auch Fahrer gibt die da wirklich wie Raketen angeschossen kommen naja die werden vorher eh Fehler machen das ist eine Überrundung für mich Lüfter so würd mich freuen wenn er jetzt ins Ziel fahren würde würd echt zufrieden sind Platz 2 ich war zwischenzeitlich 5 da alles andere als Punkt ist für mich ne Enttäuschung weiter was macht der Rostberg was hat der Rostberg für ein Setup ja was ist denn jetzt über dein Setup wer war das Bianchi glaube ich die kennt der ist das haben wieder angerast ich wundere sich auf ein ein Level mit Sutil fahren kann der ist auch weich ok der wird definitiv nicht durch fahren das heißt den neunten Platz werde ich auf jeden Fall erben also im ersten Sektor da hole ich sauvie Zeit raus ja dann da keine Ahnung da hole ich noch eine Sekunde raus mit dem letzten Sektor verliere ich die ganze können die sich konstant machen ey konstant programmiert kann nicht so schwer sein das habe ich auch mal der ist und der Rostberg kommt trotzdem an wie eine Rakete die Wester wird auch jetzt nicht überrollen im bestimmt ja genau ich schick den Suchi noch weiter nach vorne damit es noch schwerer für mich wird aber wir kommen wir bekommen auch nie Titte in die Kommentare was wir machen was wir verändern sollen manchmal gibt es Leute die sich wundern umso schlecht sind manchmal ne dann gibt es uns Kommentare wenn ihr es besser als manchmal wisst denn die Kommentar ist einfach die Kommentar aus Beute allein im Korb ist eigentlich unterirdisch einfach mal ein Setup inschreiben ich lasse uns aus und dann fertig ist die ganzen Liga Fahrrad machen bestimmt nicht zu äh doch Carlo guckt zu ohhhh ich ging jetzt mit den Reifen wieder los ey Gott, die lebt mich ane was habe ich denn hat ganz locker 20 Runden gefahren das Auto hinter dir hat eine ganze Sekunde Rückstand das Auto hinter dir hat eine ganze Sekunde Rückstand glaub ich hab so ein Reifenflassendes Setup ey ich glaube doch das gleiche wie du trotzdem irgendwie und sind natürlich wieder alle dran ey klar die Reste ist auf Fahrrad unterwegs nein komm nicht vorbei nein 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 verpiss dich hau ab ich da ja schöne drei Sekunden verloren bestimmt ey oh Gott war so schlecht vielleicht mal ein Safety Car vorgesuchen ne was minus eine Runde er leck mich doch am Arsch ey so wo wirst du nicht überrundet oder vom Erstplatzierten ne noch ne er ist ein erster Hamilton oder ich glaub schon ja kann zu sagen du fährst du jetzt wenn du die harten Reifen so knappe 10 Runden drauf hast dann fährst du so eine Trainingsrunde kann zu sagen damit denn ungefähr so eine 1.17er Zeit fährst du denn boah schneller und nicht keine Ahnung wie das ist das ist irgendwie komisch das ist irgendwie komisch verpiss dich Dress da du kannst jetzt etwas durchatmen Entschuldigung muss man da mal rüber so das war abkürzen ansonsten wenn ich hier mit vollem Wagen über die Hüse fahre kein abkürzen damit das abkürzen ja das müsste eigentlich auch abkürzen aber nein puh mal irgendeine Strecke wo ich mal pumpen kann nein nein deutschland oh ja ist die kai da so schlecht es geht für uns eigentlich also im k-time konnte ich zwischenzeitlich auf 6 fahren so glückten muss ich nicht mehr in die Box nun muss ich noch einmal nicht sind zwei und 28 aber öfter da sind da da sind da trocken boxen so neiiiin und was hier Paris ist an mir vorbeigekommen neiiiin längste 8 Runden halten die Weichen durch locker ok ab in die Box 5 5 6 6 6 6 4 7 8 9 10 10 10 10 10 11 16 er wird mir nichts mehr bringen eine Art mir gesagt wenn sie wird locker zu verbarer und von wechseln dann habe ich gesagt die zudem verbarer aber sagst du dazu ich habe ein schuhmacher gleich gemacht weißt du noch rechts reinfahren rechts vorne in die box reinzufahren so habe ich gerade gemacht ein in der Stadt ergeben ist das auch immer mehr an einem gewissen Mann mit der Sektikante so wenigstens ja er wird kommen übertreibt und der da scheiße mal sieht ja fünfzehntel habe ich ja mal verloren letztendlich war in der box weiche Grosjean ist Führer, na? Führer, Grosjean? Ja. Ey, ich überleg schon jetzt, äh, wenn wir eine Lotus fahren, ey. Aber die meisten wollen Mercedes. Ich fahre mal den Mercedes, ist mir doch egal. Ich hab auch kein Problem mit. Solange die es wollen und die es, und die Zuschauer das wollen, machen wir das. Ja. Also zu Mercedes sag ich definitiv nicht, nein. Mein Mayonado auf der 20, okay? Ja. Ich bin jetzt mal voreingelandet. Aber ich glaube, ansonsten sind wir bei uns immer noch ein bisschen ein bisschen lustig bei uns. Die Packung, Pannen gibt es bei uns immer, gerade bei mir. Bei dir gibt es Pleiten, Pech und Pannen. Der nächste Wagen ist eine Überrundung, er sollte dich vorbei lassen. Ja, genau, der Werber ist 1,4, dass wir die, die sich verlieren. Wer, was denkst du, wenn ich, oh, wenn ich aber nicht bekomme, hätte ich vom Satz 9. Also wer, wer auf der 18. Was denkst du, was, wo würde ich jetzt stehen? Da, wo ich ungefähr bin. Wo bist du, war der Wagen? Achter. Letzter Sektor. Gleich, ich schatz hier jetzt. Jetzt war ich gleich drüber. Du hättest bei Höhenberg sagen müssen, komm, scheiß auf die Runde. Ich brech die Runde einfach mal eiskalt ab, auch wenn sie schneller war. Und nimm nochmal einen neuen Satz und riskier's nochmal. Ja, so machst du das in Zukunft mal. Und wenn du ausscheidest, dann hast du halt Pech gehabt. Das gehört halt dazu, der Verkehr, das ist es einfach. Ja, teleportiert den Werber noch näher an mich, ey. Damit's noch unfairer wird. Ich glaube nicht, dass ich den halten kann, ey. Du nährst dich jetzt ein paar langsameren Autos. Versuch schnell. So eine Einzugsstrategie war nicht möglich. Wo man schon da in der Liga gesagt hat, komm, no, ich komme eigentlich doch durch. Können so nicht mal suchen. Ich habe Kerst in. Da rauskommt. Du denkst das, was ich zurufe. Ja, du denkst das, was ich gar nicht verstehe, lass dir das. Ich, welches dann das nicht mehr zu tun. Ich glaube, ich werde jetzt auch mal falsch. Ich glaube, das ist ja ein bisschen zu sein. Ich hab das schon mal! es ist ganz ehrlich fährt er denn da durch ein von Flügelteilen seiner hey ganz ehrlich ja die haben so ein Überschuss sie auf dieser fucking lang geraden ja aber was sie nicht können sie sind die Kurve fahren es sind da mit dem Spiele was passiert hier hier ist das könnte ich echt kurz auf der Klinik um die Form mit 25 da man die vorbei bremsen und von dem Schneckentempo dieses Jahr das war er erledigt am Markt hat auch kein Volk für die Märkte da ist das so viel dass der Katz von Schülern hat oder So was könnte ich wieder kotzen, ey. Ganz ehrlich, ey. Hauptsache schön, Topspeed haben auf der Geraden, alles andere ist egal. Hey, du hättest so gut in die Punkte fahren können. Wenn, hab ich jetzt nochmal gesagt, der hat mich abgeschossen. Weber, oder? Ach ja, Weber, ich warte auf dich, ey, ganz ehrlich, ich warte auf dich. Die schießt sich ab. Jetzt reißt sie, schießt sich ab. Ich schießt jetzt ab, eiskalt, ey. Ich war nur, dass der kommt. Sven ist eh gelaufen, ey. Man hat sich für mich noch einen Punkt retten. Wenn du überhaupt schießt, mach ich auch. Den Herr Reul, die schießt sich jetzt ab. Der wird für den Kunde einstellen. Den schießt sich jetzt eiskalt ab, ey. Sorry, aber wenn man so langsam um diese Kurve fährt, ja, mit dem Red Bull, sorry. Komm, Bianchi, fahr doch noch vorbei. Dann müssen wir nämlich einen Punkt retten. Du hast einigen Gummiabrieb aufgesammelt und musst mit verringertem Grip rechnen, bis du die Reifen wieder sauber gefahren hast. Bleib auf der Ideallinie. Nee, weil bei sowas könnte ich echt kotzen. Du bist fünf Sekunden vorweg. Fünf Sekunden Vorsprung aufregen. Klar, ihr habt DAS und Buttonkopf mehr ohne DAS. Ja. Das wird nicht so scheiße programmiert. Ja, auf der Gerade erziehen die die mit 20 kmh vorbei und dann in dieser ultralangsamen Kurve, da fallen die im Schneckentempo dran vorbei. Sorry. Ich glaube, ich öfter schon mal noch zwei Runden. So, ich war jetzt nur auf den Werber. Ich war nur noch auf dem Red Bull im Rückspiegel. Da ist ein Red Bull. Das ist Fettel. Nee, den schieße ich nicht ab. Der ist erster momentan. Okay. Und der ist so geil, weil ich wenigstens noch einen Punkt bekomme. Den gebe ich dir jetzt auch, ganz ehrlich. Den schieße ich jetzt ab, den nehme ich mit. Vielleicht mit einem Bissen und vier in Mitte, aber ja. Das ist mir sowas von egal, ey. Also so langsam, um die Kurve da zu joggen. Ja, das regt mich auf. Auf der Geraden 20 kmh schneller sein. Ist ja normal, dass der früher bremst, aber dass er noch so eiskalt runter bremst. Nein, im Red Bull, er kriegt zu viel. Komm, schieß doch noch die Frontfüge da vorne ab, damit. Bist du in der 34. oder in der 35. Runde? 34. Was ist denn hier los? Haben die gerade Leute Frontfüge? Ist das Rosberg? Oh, ja, komm, komm. Oh, ey, die haben die alle die Frontfüge? Was ist denn hier los? Scheiße, fett ist ein Ziel, ja. Du musst das Auto... Das ist eine Überrundung. Ich bin neuer. Bitte, ich muss dir erzählen, mein Frontfüge ist komplett ab. Nee, den Punkt ruhig mehr zu. Nee, die zwei Punkte, die holten wir jetzt. Ja, Mann, da werde ich unsichtbar, wollte gerade den Werbe abschließen. Wo bist du? Anna will. Ey, ganz ehrlich, ey. Was war denn das? Ey, muss er erzählen, und zwar, diese Schikane da, diese schnelle, ja, rechts, links. Weißt du was? Grosjean steht da, ich konnte nicht ausweichen, ja. Und er steht da vollkommen klar, ich bin reingefahren. Dann steht der Reke nochmal, der auf der 9 bleibt, bin ich 9. Vorsicht, ich gehe da, ich gehe da. 9, der mein erster Punkt, ich fasse es ja nicht. Alter, das, ich muss dir erzählen, und zwar, war das so, Schikane da, ich konnte nicht ausweichen, ich bin voll rennengefahren, Frontflüge ab, äh, dann stand der Reke nochmal, gerade lang sein gefahren, und dann, ja, haben mich nochmal einen scheiß Kick von hinten angeschoben. Die erste Punkt, ich habe da nie mehr dran geglaubt. Äh, was, ey, Gott, es war so verpackt, das Rennen, in der letzten Kurve, in dieser Schikane, da haben sich alle die Frontflüge abgehauen. In dieser anderen Schikane, im ersten Sektor, haben sich alle die Frontflüge abgehauen. Oh, Button war es nochmal zwei Sekunden hinter mir, mein Alter, ja, Schwein gehabt. Guck mal da, Reke und Grosjean, beide draus. Die waren auf erster und zweiter oder wo vorhin, wo waren die vorhin? Grosjean war mal zwischendurch auf eins. Ja, das raus. Ey, das hat mich richtig angekostet, dieser Wettbewerb, das ist im Schneckentempo, aber wirklich im Schneckentempo. Aber was passiert, wenn ich keine Sache sehe, oh, ja, er überholt mich, ja. Ich rechne damit, dass der eher bremst, ja. Äh, auf einmal bremste noch scherke Abbot, baff. Hinten rein bei dir war. Ja, ich ihn hinten rei, ich kann das also nicht abfahren, oder ich kriege zu viel, ey. Na, ich meine, hab ich jetzt die Punkte geholt. Ey, komm, ey, heul hier doch nicht rum, ich hab Punkte. Also, Freunde, ey, das war netz, diese weichen Reiche haben sie nochmal richtig gegeben, ich hab richtig aufgeholt, natürlich, und alle haben sich in die Quere gegangen, da waren die Beine, und es waren komplett kaputt. Grosjean, beide, da war der Beine, waren, glaube ich, die Räder so gab. Also, so was eigentlich, was zu sagen. Schau, ich sehe ich, Barie, Silverstone. Ring, bitte, renn, kein Ring. Das habe ich das ganze Zeit, den Kern aufgeregt. Diese, 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 top speed, das war nicht mehr normal, aber dann diese letzte Kurve, ja, wir fahren im Schneckentempo, da du ich, ey. Ich verstehe, ich verstehe, wie die hier sind, qualifend fahren. Er freut mich auch, wie die Zeiten fahren, wenn sie im letzten Sektor im Rennen so, übelst da, im Schneckentempo, verkürzt das alles, und das Wochenende, Gott sei Dank, ich sage, noch Tschüss, auf Wiedersehen, der Querbach kotzt mich an, ey. Ja, erste Punkte für mich, wir sind glücklich, aber trotzdem, als ob euch trotzdem gefallen, wir sagen, Tschüss und bis zum großen Preis von England. Ciao. Ciao.